Für Musik halten und das Volk jubelt. Jubel! Da ist es ja! Und dort kann man Geld hineinwerfen. Wer noch mehr der Taler in der Tasche ist, der kann uns mit nach Hause nehmen in Form dieser vieramagischen holzschalzenden Silberin. Wenn er denn kommt, packt das nicht so. Wir wissen, ihr habt die schon. Ihr habt die schon. Und ihr habt auch die schon. Aber wenn ihr die noch nicht habt, dann habt ihr sie nicht alle! Ja! Genau! So! Jetzt ist es los! Aber das Geld, was wir natürlich hier einnehmen, wird natürlich gespendet. Oh ja, das haben wir ja ganz vergessen. Wohlüblich gespendet! All das Geld, was wir heute hier einnehmen, wir beide. Unsere Gage, alles. Die Silberscheiben, das was hier reinkommt, alles das geht an eine Stiftung. Hat einen guten Zweck. Wir haben jetzt überlegt, wir möchten das ganze Geld spenden an die Stiftung zur Erhaltung der deutschen Braukunst. Jubel! Und das freut sich der Hirscher. Also das war's gut von unserer Seite. Wir machen für euch die Spiegel. Spektakulation! Jubel! So! 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 Oh! So! boah! So! So, boah! Oh Gott, du hast es gefilmt! Oh Gott, ich bin bei Heiraten seit einer Woche! Nicht mehr lange! Nicht auf YouTube einstellen! Wir werden das einstellen! Mach das nicht! Meine Frau lässt sich gleich widerscheiden! Was teilst du? Ja? Grinsekreis! Ich komme in einer Stunde noch einmal! Ihr solltet euch euren Spendenaufruf nochmal überlegen! Ja! Naja! Ach, wollt ihr gerade da sein? Wollt ihr auch Spenden für die Stiftungsverhalten der Deutschen Baukirche? Ja, aber nur für einige da! Weil die sind das noch schwer, ne? So, hab Dank! Ja, Dank! So, das kann rausmachen jetzt!